Aber fangen wir einfach mal an mit dem Thema Input-Output. Die Lernzielen und Kompetenzen, die Sie hoffentlich erwerben sollen heute, ist einmal Sie sollen verstehen, wie IO-Devices grundsätzlich aufgebaut sind und wie sich diese in das Betriebssystem integrieren lassen. Dann schauen wir uns den Aufbau von Hard-Disk-Drives und RAID-Systemen an. Den sollen Sie kennenlernen und Sie sollen dabei auch die Prinzipien verstehen, wie solche Geräte durch das Betriebssystem angesteuert werden. Wir kratzen auch, wie bei den meisten Themen in der Vorlesung, hier nur an der Oberfläche. In dem Austippbuch, auf dem die Vorlesung passiert, finden Sie ja dementsprechend auch nochmal Verweise auf Paper oder weiterführende Artikel. Wenn Sie da Interesse haben, sollten Sie da auf jeden Fall reinschauen und da mal nachlesen. Wenn Sie da ein bisschen tieferes Verständnis dafür nochmal wollen. So, drei Teile hatte ich ja versprochen. Wir fangen jetzt an mit dem Teil 1, IO-Devices. Und das entspricht dem Kapitel 36, IO-Devices, aus dem Austab-Buch. So, ein bisschen eine Motivation zur Eingabe und Ausgabe. Einmal als kleines Gedankenspiel. Was wäre denn eigentlich ein Programm ohne eine Eingabe? Das würde ja immer, wenn man das aufruft, die gleiche Antwort liefern. Und was wäre eigentlich, wenn wir ein Programm hätten, das keine Ausgabe liefert? Genau, was wäre da eigentlich der Sinn? Das würde ja gar nichts machen. Das würde uns wahrscheinlich gar nicht viel bringen, wenn ein Programm einfach immer nur rechnet, aber die Daten, die es berechnet, nirgends hinschreiben kann. Das heißt, wir brauchen auf irgendeiner Form sowohl eine Eingabe als auch eine Ausgabe. Das heißt, eine Ausgabe stellt somit immer einen zentralen Aspekt von Rechnern dar. Also neben der Berechnung an sich ist die Eingabe und die Ausgabe entsprechend relevant. Und da stellen sich jetzt mal grundsätzlich drei Fragen. Das eine, oder die eine Frage wäre, wie lässt sich eine Ausgabe allgemein in ein System integrieren? Dann, was sind die grundsätzlichen Mechanismen? Wie das funktioniert? Und wenn man sich die grundlegenden Mechanismen überlegt, auch nochmal, wie lassen die sich eigentlich effizient umsetzen? Das ist auch nochmal eine ganz spannende Frage. Nicht nur, dass es funktioniert, sondern funktioniert das auch irgendwie effizient? Oder warten wir da sehr lange, bis irgendwas passiert in so einem System? Ein Ausgabegeräte. Ein Gerät zur eigenen Ausgabe, also Englisch klingt das wieder mal wesentlich cooler. Da ist es ein Input-Output-Device oder eben kurz IO-Device. Wie diese Geräte aufgebaut sind, hängen eigentlich sehr stark von der Systemarchitektur ab. Und auch da gibt es wieder drei Fragen, die sich stellen. Wie sollten solche IO-Systeme integriert werden? Was sind die Mechanismen und wie können diese Operationen auf dem Gerät effizient gehandhabt werden? Also das ist im Prinzip das, was wir vorher schon mal angesprochen hatten. Und da können wir uns mal rechts das Bildchen anschauen, wie das aufgebaut ist. Wir hatten ja schon relativ viel über die CPU und den Speicher gesprochen. Und die beiden Systeme sind normalerweise mit einem Speicherbus verbunden, auf Englisch Memory Bus. Das typische System, was da verwendet wird, Stand heute, ist ein Frontside Bus. Dann, das sieht man auch ein bisschen an der Dicke von den Linien, das ist eigentlich das schnellste System. Dann gibt es einen allgemeinen Eingabe-Ausgabe-Bus, also einen IO-Bus. Da hat man typischerweise Stand heute PCI als Standard. Und da ist man auch dann die Grafikkarte angebunden. Und dann haben sie nochmal ein Bussystem für allgemeine Peripherie, z.B. SCSI, SATA oder eben USB-Gerät. Da unten also alles, was man zusätzlich an Geräten ranstöpselt. Der ist nicht ganz so schnell wie die anderen beiden Bussysteme. Da kommt später nochmal, gehen wir ein bisschen ausführlicher drauf ein, wie das entsprechend aufgebaut ist. So, jetzt haben wir ein, zwei, drei Bussysteme. Und da müssen wir einfach mal unterscheiden, wie die aufgebaut sind. Und das eine ist eben der Speicherbus, der ist zur schnellen Anbindung des Hauptspeichers gedacht. Also, dass CPU und Hauptspeicher möglichst schnell miteinander kommunizieren können. Dann haben wir eben diesen allgemeinen IO-Bus, der Systeminternkommunikation. Das war dann der mittlere. Das ist eben bei modernen Geräten der PCI-Bus. Und der Peripherie-Bus, den ich genannt hatte, eben für das KCS, SATA oder USB-Stand heute. Da schließen wir alles an, was man sich so dazu kaufen kann und an das System ranstecken kann. Und jetzt stellt sich ja durchaus die Frage, warum machen wir endlich diesen Schritt und haben gleich mehrere Bussysteme? Also, warum brauchen wir irgendwas, was schon wieder so viel Komplexität reinwirft, drei unterschiedliche Bussysteme? Und das kann man relativ einfach einmal mit der Physik und einmal mit den Kosten beantworten. Und das sind da auch die maßgeblichen Größen. Je schneller der Bus ist, desto kürzer muss der in der Regel sein. Das heißt, je höher die Datenbreite ist, die ich da durchpressen möchte, in einer bestimmten Geschwindigkeit, desto kürzer sollte der sein. Und je schneller so ein Bus wird, desto teurer wird er automatisch in der Herstellung, weil man eben andere Technologien einsetzen muss. Das heißt, wenn wir nochmal auf das Bildchen vorher zurückgehen, der Memory-Bus, also der Speicherbus, ist der schnellste, aber auch der teuerste. Der PCI-Bus ist immer noch ordentlich schnell und ein bisschen günstiger als der Speicherbus. Und am günstigsten ist dann eben das Bussystem unten für die Peripherie. Und das kann auch entsprechend lange sein, ist aber halt nicht so schnell wie der Speicherbus. Also das sind die Ursachen, warum man eigentlich auf diese drei Systeme kommt. Jetzt kommt noch einmal die Frage, was ist denn mit dem schwarzen Testblock in den Folien? So, da helfen sie mir. Ich sehe jetzt einmal keinen, also im Stream keinen schwarzen Textblock in den Folien. Oder war das in der Folie vorher? Auch nicht. AGP wurde, genau weil die Frage kommt, was ist mit AGP? AGP ist auch ein Standard, der glaube ich heute aber nicht mehr eingesetzt wird. Heute ist eigentlich typischerweise alles PCI und das wird auch hier schön genannt, PCI-E. Das kommt nachher noch. Genau, wenn Sie den, vielleicht off-topic, wenn Sie den Stream anschauen und es gibt über den Folien oder über den Bild Text, der eingeblendet wird, dann ist das der Untertitel von Twitch. Das können Sie mit C in der Regel ausmachen, dann wäre das auch weg. So, also wir kommen auf die, auf PCI, kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Also drei Bus-Systeme, warum wir die haben. So, dann ist es so, dass moderne Architekturen in der Regel spezielle IO-Chips zum schnellen Routen von Daten verwenden. Ein Beispiel dafür für so einen Chip ist eben das Intel DMI, Direct Media Interface. Und das sehen wir dann rechts. Also da habe ich eben die Grafikkarte, die über PCI angebunden ist. Also PCI, Peripheral Component Interconnect Express ausgeschrieben. Ist eben der Nachfolger von nur PCI. Da sind auch unten, da sehen Sie, Netzwerke angebunden, also auch die anderen Systeme, die schnell funktionieren sollen, sind da angebunden. Mit einem Unterschied, dass die Grafikkarte in der Regel direkt an die CPU angebunden ist. Und die anderen Systeme, die über PCI angebunden sind, über den IO-Chip laufen. Dann die CPU auf der rechten Seite eben über den Frontside-Bus direkt mit dem Speicher angebunden ist. Und der IO-Chip kümmert sich dann zum Beispiel bei eSATA noch um die Discs und über USB zwischen Tastatur und Maus. Anbindung von Festplatten ist heute standardmäßig über eSATA, also External SATA, ist eine Weiterentwicklung von SATA, was wiederum Serial ATA bedeutet oder ist. Und das ist eine Weiterentwicklung von ATA und das ist die Abkürzung für IBM AT Attachment. Und wenn Sie das interessiert, suchen Sie einfach mal nach IBM PC, nach der zweiten Generation. Das waren damals noch die Systeme mit 6 MHz Intel 80286 CPUs. Und da wurde damals dieser ATA-Standard eingeführt. Ich kann mich noch erinnern, mein allererster PC, der hatte noch genau diesen IBM AT-Standard, auf dem er aufgebaut war. Und da wurden eben die Standards über die Zeit immer weiterentwickelt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie so ein Gerät angebunden wird oder die Geräte allgemein, die angebunden wird, wie die aussehen, dann gibt es dafür eigentlich ein grundlegendes, allgemeingültiges Konzept, also ein Canonical Device, wie das in dem Buch genannt wird, wie so ein Gerät immer aufgebaut wird. Und das besteht im Prinzip aus zwei wichtigen Komponenten. Das eine ist das Hardware-Interface. Das ist das Interface, also die Schnittstelle, wie man mit dem Gerät sprechen kann. Das ist wahrscheinlich die Frage, die Sie sich immer so stellen, wenn ich jetzt so ein Gerät da irgendwo reinstecke, wie kann man das eigentlich anprogrammieren? Und das passiert durch das Hardware-Interface. Und dann hat so ein Gerät auch noch interne Strukturen, die interessieren einen in der Regel nicht sonderlich. Das ist immer sehr implementierungsabhängig, also wie das Gerät aufgebaut wird oder aufgebaut ist. Da stecken ein paar Chips drin, da stecken auch ein paar komplexer Geräte drin und manchmal steckt da sogar noch eine eigene CPU drin. Dann haben Sie noch einen allgemeinen Speicher, der von dem Gerät verwendet wird und meistens noch ein paar andere Chips, die da noch mit drinstecken. Und wenn wir uns oben, also rechts auf dem Bildchen das mal anschauen, das Interface besteht dann in der Regel aus drei Registern. Einmal dem Status-Register, dem Command-Register und dem Data-Register. Und da schauen wir uns mal an, wie das auch verwendet wird als Programmierschnittstelle. Da kann man sich überlegen, dass man neben einem allgemeingültigen Gerät auch ein allgemeingültiges Protokoll erstellen könnte, wie man eben solche I-O-Geräte ansteuert, soll das heißen. So, und im Beispiel zuvor hatten wir diese drei Register. Also das Status-Register ermöglicht es, wer hätte es gedacht, den Status von dem Gerät auszulesen. Das Command-Register ermöglicht es, dem Gerät mitzuteilen, welche Aktion als nächstes ausgeführt werden soll. Also ich schreibe da einfach das Kommando rein, was ausgeführt werden soll. Und dann gibt es noch ein Data-Register. Da kann ich Daten ins Gerät reinschreiben und eben Daten auch rauslesen, die vom Gerät bereitgestellt werden. Also das ist die grundsätzliche Idee. Und die Interaktion mit dem Gerät passiert dann immer einfach durch Lesen und Schreiben mit diesem Register. Also das ist die eigentliche Interaktion, die an der Stelle passiert. Genau, dann schauen wir uns mal das Protokoll in vier Schritten an. Also was machen wir? Rechts ist ein bisschen Pseudocode, der ist einmal aus dem Buch übernommen. Also while, status, equals busy. Das heißt, wir warten erstmal, bis das Gerät bereit ist. Also wir gucken immer wieder in diese Status-Register rein, was da drin steht. Wenn es nicht mehr busy ist, dann können wir Daten in das Data-Register reinschreiben. Also das, was übermittelt werden soll. Und wenn wir die Daten reingeschrieben haben, dann schreiben wir erst das Kommando rein, dass das Gerät weiß, was es mit den Daten machen soll. Und sobald wir die Daten reingeschrieben haben, dann warten wir einfach wieder. Also mit dem while, status, equals busy, warten wir wieder, bis das Gerät mit seinem Request fertig ist. Das Status-Register fortwährend auszulesen. Also wenn man da immer wieder reinschraut und den Wert liest, das wird auch Polling genannt. Also das ist typischerweise, was Sie dann unter Polling finden. Und im Grunde ist es nichts anderes, als wenn Sie da permanent fragen, ey Digga, was geht denn eigentlich? Also da gucken Sie immer so ins Gerät rein und schauen, ey, was ist denn gerade, was machst du denn eigentlich gerade? Ja, also ist es gerade beschäftigt, kann ich was reinschreiben, etc. Das hängt eben von diesem Status ab. Und jetzt kann man sich auch noch überlegen, abhängig von der Größe des Datenregisters, also je nachdem, wie viele Daten ich da reinschreiben kann, muss ich auch mehrere Durchläufe starten, bis ich alle Daten reingeschrieben habe. Also angenommen, ich möchte ein Megabyte reinschreiben, habe aber nur vier Kilobyte große Register, dann muss ich das entsprechend oft durchlaufen, bis ich dieses eine Megabyte reingeschrieben habe. Und das ist eigentlich das ganz grundlegende Protokoll, wie man mit so einem Gerät interagiert. Sobald die CPU, und hier meinen wir jetzt die CPU vom Rechner, also nicht die vom I.O.-Gerät, ich hatte hervorher erwähnt, dass so ein Gerät auch eine eigene CPU haben könnte oder haben kann, also wir meinen hier wirklich die CPU vom Rechner, sobald die für das Hin- und Herschippern von Daten genutzt wird, also die wirklich diese Daten ins Gerät reingeschrieben wird, dann sprechen wir immer von einer Programmed I.O. oder P.O. abgekürzt. Und da gibt es noch andere Varianten, die schauen wir uns nachher auch nochmal an. Das Protokoll funktioniert eigentlich super. Also wenn wir uns das vorher überlegt haben, wie das so funktioniert, wir schreiben da was rein, wir warten einfach, das funktioniert eigentlich immer. Ja, aber dieses Polling ist extrem kostenintensiv. Zum einen verschwenden wir da CPU-Cycles, also durch das Pollen, durch das Nachschauen, blockieren wir ja die CPU. Damit verlangsamen wir und blockieren die Ausführung von anderen Prozessen. Das heißt, in der Zeit, wo wir eigentlich einen anderen Prozess ausführen könnten, gehen wir hin und lesen aus dem Gerät das aus. Und je mehr Geräte Sie jetzt zum Beispiel an den Rechner ranstecken würden, umso mehr würden Sie vielleicht pollen. Und da würde das System vielleicht gar nichts mehr machen. Da wird es auch schon genannt, interrupts, genau da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wie das funktioniert. Ein anderer Punkt, Sie erinnern sich vielleicht noch an das Scheduling ganz am Anfang, das waren die ersten zwei Vorlesungen. Da kam irgendwann mal was auf, das hatten wir Overlapping genannt. Das heißt, ich habe einen Prozess und da wurde auch schon mal gesagt, wenn man dann eine IO-Operation anstößt, also auf ein Gerät wartet, dann kann man ja einen anderen Prozess ausführen. Und wenn ich jetzt in der Zeit aber pollen würde, dann würde ich diese Idee von diesem Overlapping komplett ad absurdum führen. Und die Antwort, wie schon vermutet an der Stelle, sind Interrupts. Also auf Deutsch Unterbrechungen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man diesen ganzen CPU-Overhead, der da entsteht, mittels eines Interrupts reduziert. Und wie funktioniert das grundsätzlich? Das Betriebssystem stellt erstmal eine Anfrage an das Gerät. Der Prozess, der jetzt irgendwas wollte, zum Beispiel Daten schreiben möchte oder Daten lesen möchte, der wird jetzt erstmal schlafen geschickt. Der hat ja nichts mehr zu tun. Das Betriebssystem kümmert sich da erstmal darum. Und packt diesen Prozess oder den TAS jetzt eben auf die Liste der schlafenden Prozesse oder TAS. Und dann kann das Betriebssystem auch schon ein Context-Switch zu einem anderen Prozess ausführen. Also dann wird irgendwas anderes berechnet. Und jetzt, wenn das Gerät fertig ist, dann löst es ein Hardware-Interrupt aus. Und der Hardware-Interrupt, also der Interrupt an sich, der veranlasst das Betriebssystem eine vordefinierte, das nennt sich dann Interrupt-Service-Routine, ISA abgekürzt, oder eben Interrupt-Händler, darunter ist es meistens besser bekannt, auszuführen. Und wenn dann diese Routine ausgeführt wird, dann kümmert sich eben das Betriebssystem wieder um das Lesen oder das Schreiben, das rüberkopieren von den Daten, dann zum Beispiel auch in den Prozess. Da habe ich auch gesehen, da ist noch ein kleiner Tippfehler drin an der Stelle. Okay. Genau, weil es auch gerade nur genannt wird. Gummibärchen. Wie immer ist die Vorlesung oder die Folien just in time heute Nacht fertig geworden. Das heißt für alle Studierende, in dem Kurs, wenn sie die Fehler finden, eine kurze E-Mail schreiben mit Foliensatz. Foliensatz, Seite und dem Fehler. Und dann kommen sie auf die Gummibärchenliste und die werden dann in der Klausur ausgegeben. Und gilt leider nur für meine Studenten und Studentinnen im Kurs. Das ist keine Motivation für die QRs. Alles klar. Also das ist jetzt mal so weit, wie so ein Interrupt-Service-Routine oder ein Interrupt-Händler funktioniert. So. Was ich da, also wenn sie damit ein bisschen rumspielen wollen, würde ich immer schauen, probieren sie mal irgendwas Hardware-nahes anzuprogrammieren. Es war ja ursprünglich gedacht, dass wir ein bisschen mit Rasperries arbeiten. Da hätten wir vielleicht was machen können. Machen wir vielleicht im nächsten Semester oder es gibt ein paar Videos oder Übungen dazu. Schauen wir mal, was wir da vielleicht noch machen können oder vielleicht auch nachträglich, wenn es uns interessiert. Ansonsten kann ich was mal erzählen. Ich hatte, das ist auch schon sehr, sehr lange her, also Interrupts das erste Mal anprogrammiert, tatsächlich über, als wir einen Roboter programmiert hatten, 15, 20 Jahre schon her, während dem Studium, wo man wirklich Chips anprogrammiert hatte und wenn man dann eben einem Gerät gesagt hatte, es soll irgendwas machen, wurde ein entsprechender Interrupt definiert. Und man hat dann eben die entsprechenden Codestücke dafür geschrieben, die ausgeführt werden, wenn so ein Interrupt geworfen wird. Also wenn man versucht, dass man wirklich ein bisschen Hardware nahe zu programmieren, dann versteht man auch, wie das funktioniert. Ansonsten kennen Sie diese Mechanismen wahrscheinlich aus dem Programmieren, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise schon asynchrone Programmiermechanismen verwendet haben mit einer Programmiersprache, zum Beispiel auch in .NET, async await, dann ist das gleiche Prinzip, dass Sie eben warten, bis das System fertig ist und dann signalisiert, dass man entsprechend weitermachen kann. Wenn wir das jetzt behandelt haben, können wir uns mal anschauen, wie sich das Polling, da ist noch ein Fehler, gegenüber dem Interrupt verhält. In dem ersten Beispiel pollt die CPU, bis das Gerät fertig ist. Und da sieht man das schön, also CPU, die führt da fünf Timeslots einmal den Prozess aus, dann führt die fünfmal das Polling aus, da ist das Disk mit der Aufgabe von dem Prozess 1 erstmal beschäftigt. Und wenn der fertig ist, dann kann eben die CPU wieder den 1er Prozess ausführen. Wenn wir jetzt mit einem Interrupt arbeiten, dann kann die CPU in der Zwischenzeit irgendwas anderes, hoffentlich Sinnvolles machen. Und das ist hier in dem Beispiel mal dargestellt, die führt hier wieder Prozess 1 aus am Anfang. Dann, wenn die Disk sich um den 1er Prozess, also um das Lesen oder Schreiben zum Beispiel von den Daten kümmert, in der Zeit kann sie den 2er Prozess ausführen und hier am Ende findet der Interrupt statt. Und in dem Beispiel hört dann die CPU direkt auf und macht eben mit dem Prozess 1 weiter. Also würde an der Stelle mit einem Context-Switch wieder antworten. Und jetzt können Sie sich vielleicht schon überlegen, was passiert da eigentlich, wenn. Und da kommen jetzt gleich noch so ein, zwei Beispiele, wo Sie sehen, dass es vielleicht nicht immer ganz so geschickt ist. Und zwar Interrupts sind nicht immer die beste Lösung. Zum Beispiel, wenn das Gerät so schnell ist, dass beim ersten Poll oder vielleicht beim zweiten Poll die Antwort schon käme, dann machen Interrupts das System wesentlich langsamer. Weil Sie müssen daran denken, der Context-Switch zwischen Prozessen oder auch TAS ist relativ teuer. Sie müssen ja alles wegsichern, müssen alles wieder reinladen vom anderen Prozess. Das dauert dementsprechend. Auch die ganzen Register werden ja dann hin und her kopiert. Und dann kann man sich überlegen, ob es vielleicht nicht sinnvoller ist, ein Context-Switch eben nicht durchzuführen, weil der im Verhältnis zum kurzen Warten wesentlich teurer ist. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Wenn Sie zu viele Interrupts haben, könnte das System auch dadurch überlastet werden. In dem Fall, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, sprechen wir von einem Live-Log. Wir hatten ja vorher schon die Dead-Logs. Also ein Prozess kann ich weiterarbeiten, weil er auf einen anderen Prozess warten muss. Und in dem Fall von Interrupts, da sprechen wir dann von einem Live-Log. Und jetzt denken Sie bestimmt, ja, sowas gibt es heute bestimmt nicht mehr. Das ist bestimmt schon alles gelöst, die Problematik. Und da habe ich mal einen Screenshot angehängt. Das ist gerade ein Problem, was ich auf meinem System habe. Das ist in dem Moment, wenn ich ein bestimmtes Peripheriegerät anschließe, dann sehen Sie, was da passiert. Dann wirft dieses Gerät so viele Interrupts, dass meine CPU ungefähr in dem Fall jetzt 93%, ich hatte teilweise schon 100% für mehrere Minuten steht und kein anderes Programm mehr ausführt, weil der Rechner wirklich permanent auf diese Interrupts reagiert. Das heißt, da ist tatsächlich irgendwas im Argen, weil das sollte dementsprechend eben nicht passieren. Also sowas kann durchaus mal passieren. Auch heutzutage noch bei modernen Betriebssystemen. Und da gibt es jetzt eine Lösung, und die ist schon fast offensichtlich. Man macht diese Abfrage in zwei Phasen. Für einen ganz kurzen Zeitraum nach der Anfrage pollen Sie einfach. Das heißt, wir gehen hin, machen vielleicht ein, zwei Slots, führen wir ein Polling durch, in der Hoffnung, dass das Gerät sehr schnell antwortet. Das macht immer Sinn, wenn wir ein sehr schlechtes Gerät haben. Sorry, jetzt habe ich gerade schlechter Windows-Treiber genau gerade im Chat gelesen. Das funktioniert nur, wenn wir ein sehr schnelles Gerät haben. Und wenn das Gerät dann noch nicht geantwortet hat, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, okay, dann wird es auch jetzt nicht gleich antworten, dauert ein bisschen länger, und dann kann ich eben so einen Interrupt-Weg gehen und warten, bis das Gerät fertig ist. Und da kann man sich, einfach um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, kann man sich ein ganz konkretes Beispiel überlegen. Was wäre denn, wenn ein Web-Server plötzlich extrem viele Anfragen bekommt? Also der dümpelt immer so vor sich hin und jetzt werden sie irgendwo mal auf heiße gelistet und alle klicken innerhalb von ein paar Sekunden auf diesen neu erschienenen Link. Und wenn dann jedes eintreffende Netzwerkpaket nur noch einen Interrupt auslöst, dann läuft ja im Prinzip kein Prozess mehr im User-Space. Das ist genau das Phänomen, was wir dann da oben haben. Also aus Hardware-Gründen ist das System komplett überlastet. Das heißt, hier wäre irgendwie ein Mechanismus besser, dass der Web-Server selbst entscheiden kann, wann er neue Pakete entgegennimmt. Also wann möchte er wirklich Netzwerk-Traffic wieder entgegennehmen. Also das wäre so ein typisches Beispiel. Dann wurde im Chat noch erwähnt, das ist aber nur ein schlechter Windows-Treiber. Wir kommen ganz am Ende auf diese Treiber-Thematik noch zu sprechen. Das ist also absolut korrekt. Das liegt überwiegend an den Gerätetreibern, die da programmiert wurden. Dann gibt es noch einen alternativen Lösungsansatz. Co-Lasting heißt das dann. Und was man da macht ist, wenn das Gerät fertig ist, wird der Interrupt nicht sofort ausgelöst, sondern anstelle dessen wartet das Gerät einfach im Moment, ob vielleicht noch weitere Anfragen, die bisher ans Gerät gestellt wurden, abgearbeitet sind. Und nach einer gewissen Zeit gehe ich hin und schicke, also dann löse ich den Interrupt aus und schicke entsprechend alle abgearbeiteten Requests gebündelt zurück. Dann muss sich das Betriebssystem eben nur um eine Antwort kümmern und kann das alles auf einen Schlag verarbeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz geschickter Ansatz. Aber auch dieser Ansatz, der erstmal ganz gut klingt, bringt einen Nachteil mit sich. Und zwar je länger ich an der Stelle warte, desto höher wird ja meine Latenz von dem Gerät. Das heißt, ich schmeiße eine Anfrage rein und angenommen, das Gerät wartet jetzt, bis ich vielleicht noch eine zweite, dritte Anfrage abgearbeitet habe, obwohl die erste schon da war, habe ich da eine relativ große Latenz, also Verzögerung, bis ich da eine Antwort bekomme. Also das ist der Nachteil an der Stelle. Und dann vielleicht noch was zum Datenschubs. Jetzt haben wir uns überlegt, was passiert eigentlich mit dem Polling. Das versucht man entsprechend über einen Interrupt zu lösen. Und die andere Problematik ist, es gibt ja auch noch andere Aufgaben, wo die CPU eigentlich komplett triviale Dinge ausführen muss. Zum Beispiel das Kopieren von den Daten in den Register. Die Daten liegen ja einmal im Hauptspeicher und müssen, bevor ich das Kommando an das Gerät übergebe, also in das Kommandregister reinschreibe, muss ich die Daten ja erstmal reinkopieren. Und das ist in dem Beispiel mal dargestellt, ich führe meinen Prozess aus und jetzt habe ich drei Timeslots, wo ich die Daten rüber kopiere. Dann schreibe ich das Kommando in das Kommandregister rein, dann kümmert sich eben die Disk an der Stelle um die Abfrage. Ich kann einen Context-Switch durchführen zum Zweierprozess und wenn das Gerät fertig ist, kann ich mit dem Einserprozess wieder weitermachen. Aber was jetzt suboptimal ist, sind da diese drei Timeslots, wo wir die Daten kopieren, weil auch da könnte ja eigentlich irgendwas anderes machen. Also wie kann ich eigentlich der CPU an der Stelle Arbeit abnehmen, damit ich die CPU an der Stelle auch effizienter nutzen kann. Jeder hoffentlich will was Sinnvolleres als Daten kopieren. Und da gibt es auch eine Lösung, natürlich gibt es da eine Lösung, das nennt sich dann DMA, Direct Memory Access. Und da gibt es entsprechend eine dedizierte Engine, die den Datenfluss zwischen den Geräten und dem Hauptspeicher orchestriert. Und die Funktionsweise ist da relativ simpel. Das Betriebssystem programmiert diese Engine mit dem Speicherort, an dem die Daten liegen. Das ist zum Beispiel im Hauptspeicher, an der und der Adresse, Hauptspeicher, Speicheradresse oder Adressträume hat man schon, also an der Adresse liegen die Daten. Dann sage ich noch, wie viele Daten sollen kopiert werden, zum Beispiel ein Megabyte. Und an welches Gerät sollen die Daten geschickt werden. Und dann kümmert sich um diesen Kopiervorgang diese DMA-Engine und ich als Betriebssystem muss mich da überhaupt nicht mehr drum kümmern. Das heißt, ich bin jetzt quasi fertig mit den Aufgaben. Und das sieht man jetzt hier an dem Beispiel schön. Die CPU führt hier Prozess 1 aus. Dann, wahrscheinlich bräuchte man da so noch einen Timeslot, wo man eben diese DMA-Engine programmiert. Ich übermittle eben die entsprechenden Adressen. Dann kümmert sich um diesen Kopiervorgang parallel zu dem, was ich als CPU mache. Diese DMA-Engine zum Daten kopieren. Und danach kann eben hier an der Stelle die Disk mit dem Verarbeiten schreiben. Und weil das Kopieren jetzt eben durch DMA durchgeführt wird, kann die CPU hier jetzt den Prozess 2 ausführen. Und es wird ein bisschen entlastet. Und wir haben CPU Cycles an der Stelle gewonnen. Also das ist eine Lösung, wie man das machen kann. Wer sich da vielleicht noch erinnern kann und wirklich schon vor vielen, vielen Jahren die Rechner hatte, das war gerade bei Soundkarten früher unter den alten Windows-Geräten, wo man das auch immer extra einstellen konnte, dass man da DMA verwendet. Also auch da wird man dadurch einfach ein bisschen schneller. Jetzt hatten wir im Vorfeld ja auch darüber, eine kleine Randnotiz an der Stelle. Wir hatten im Vorfeld ja auch mal darüber gesprochen, über die Speicherzugriffe und wie das entsprechend geregelt wird. Und da können Sie sich dann auch überlegen, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel in diesem Speicherbereich, also was sein könnte, überlegen Sie sich, das sind keine Prozesse, sondern Tasks, die da laufen. Und ich programmiere jetzt diese DMA-Engine mit einem Speicherbereich, der ausgelesen werden soll und würde jetzt zu einem Task Nummer 2 switchen. Jetzt haben wir gelernt, dass innerhalb eines Prozesses der Vorteil von Tasks ist, Sie können auf den gleichen Adressraum zugreifen. Was wäre also, wenn der Task dann eben auf den Speicherbereich zugreift, den die DMA-Engine kopieren soll. Also das ist auch was, was man dann in der Regel nochmal berücksichtigen müsste. Aber ich denke, die grundlegende Funktionsweise an der Stelle ist erstmal klar. Das Schöne ist wieder, durch so einen Mechanismus muss ich mich von Betriebssystemseite da gar nicht mehr drum kümmern. Wie funktioniert jetzt die Kommunikation allgemein mit dem Gerät? Weil je nachdem, welches Gerät ich heranstecke, habe ich ja ganz unterschiedliche Register. Die werden ja wahrscheinlich nicht standardisiert sein. Und ich möchte jetzt aber, dass möglichst viele Geräte mit den ganz spezifischen Hardware-Interfaces in mein Betriebssystem reinpassen. Und das wurde vorhin schon mal genannt, mit schlecht programmierten Treibern. Und das Ziel ist ja, dass ich mein Betriebssystem so gut wie es geht, geräteneutral halte. Also die Details von Geräteinteraktionen, die verstecke ich vor dem Betriebssystem. Das weiß also gar nichts darüber, wie das ganz konkret funktioniert. Und die Lösung ist ganz einfach. Wie so oft in der Informatik hilft uns an der Stelle die Abstraktion. Und hier ist das mal so schemhaft dargestellt. Ich habe ganz oben die Anwendung, die im User-Space läuft. Und für die habe ich zum Beispiel eine API. Das ist typischerweise unter POSIX. Wir betrachten ja meistens dann die POSIX-API. Wir haben sowas wie Open, Read, Write, Close, etc. Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon mal mit Dateien gearbeitet haben. Das ist das typische. Und die typischen Operationen, die auch von der Programmiersprache angeboten werden. Und unten drunter im Kernel-Mode wird eben entsprechend auf das Datei-System zugegriffen. Und da sehen Sie aber rechts auch nochmal einen RAW-Mode. Und das ist in der Regel nochmal ein spezielles RAW-Interface, wo Sie direkt auf Low-Level-Funktionen zugreifen können. So es wird zum Beispiel oder wurde früher von Defragmentierungsprogrammen, da sind auch noch ein, zwei Tippfehler drin, von Defragmentierungsprogrammen genutzt. Unten drunter gibt es ein generisches Blog-Interface. Da haben Sie dann so ein Blog-Read-Write. Zu den Blogs, da kommen wir später noch. Das ist dann eben so ein generischer Blog-Layer. Der heißt übrigens tatsächlich auf Deutsch generische Blog-Schicht. Auch da klingt die englische Version wieder besser. Und dann haben Sie ganz unten ein spezifisches Blog-Interface. Und da können Sie dann wieder eben auf Blog-Basis schreiben und lesen. Und darunter liegt dann eben der Gerätetreiber. Der ist dann irgendwie das Cassi, Atta oder alles Mögliche, was wir vorhin auch schon mal genannt hatten. Und da kommen wir dann auch direkt zum Thema Gerätetreiber. Die gerätespezifische Funktionalität wird dann als Gerätetreiber ausgeliefert. Und das werden wir das Bildchen nochmal anschauen da oben. Da unten habe ich eben den Gerätetreiber mit einem spezifischen Blog-Interface. Und da oben drüber Betriebssystem-Seite. Ich habe eben so ein generisches Blog-Interface. Und der Nachteil ist jetzt natürlich, dass durch diese generische Schnittstelle nicht immer alle vielleicht ganz tollen Funktionen von einem Gerät genutzt werden können. Und da gibt es ein Beispiel. Das ist die Scassi-Error-Funktionalität. Die ist wesentlich aus- oder umfangreicher als das, was Atta oder, oder es ist nicht die, es ist eine IDI-Schnittstelle, die unter Linux anprogrammiert werden können. Also die Scassi-Schnittstelle ist da wesentlich umfangreicher. Und sie kommen dann über diese generische Schnittstelle nicht an die Funktionalität. Und wenn man sich jetzt aber mal die Bedeutung von solchen Gerätetreibern auch überlegt, Stand heute ist es, und das gilt für Linux als auch für Windows gleichermaßen, bis zu 70% vom Code eines Betriebssystems, der steckt heute inzwischen in Gerätetreibern. Das heißt, wenn Sie da Ihr Betriebssystem installiert haben, dann kommen Treiber schon mit. Und dann installieren Sie sich ja noch alle möglichen Treiber. Und schon allein, wenn Sie das runterladen, sehen Sie meistens an der Menge oder an der Dateigöse für den Treibern, was da alles drin steckt. Und eben bis zu 70% vom eigentlichen Code von einem OS können Stand heute die Treiber ausmachen. Und jetzt wurde es eben so nett erwähnt, schlechte Windows-Treiber. Und das ist jetzt eigentlich auch für alle Systeme das größte Problem. Der Code wird ja im Prinzip, im Buch wird er so schön genannt, von Hobbyprogrammierern entwickelt, und zwar von Hobbyprogrammierern im Vergleich zu Kernelentwicklern. Weil eigentlich sprechen wir hier von Betriebssystem-Code, den wir nachliefern in Treiberform. Und der wird eben nicht von einem Kernelprogrammierer gebaut, sondern eben von einem Hardwarehersteller, Softwareentwickler oder Programmierer, der da zwar auch gut ist, aber den spezifischen Kernel nicht gebaut hat. Der kennt sich in einem Windows-Kernel oder in einem Linux-Kernel in der Regel nicht so gut aus wie ein Kernelentwickler. Und dadurch kann es durchaus dann mal zustande kommen, dass der Treibercode nicht so gut ist, wie ich mir das eigentlich als Anwender oder Benutzer wünschen würde. Also das ist dann mit eines der größten Probleme an der Stelle.